Willkommen in diesem gut aussehenden, sportlichen Ford Fiesta Van. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses LKW ist Schadstoff am Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Der CO-Ausstoß ist sehr günstig. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und beheizt. Die Karosserie sieht sportlich aus und eignet sich besonders für Ihre Beschriftung. Der Laderaum ist fast 1 Kubikmeter groß, der Boden eben und bis 1,29 lang. Zu den 15 Zoll Sommerrädern gibt es auch Radziellen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sitze sind bequem, der Fahrersitz sogar höhenfeststellbar. Und Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Für Ihre Sicherheit steht ABS und ein Airbag parat. Das Armaturenbrett ist Fiesta-like, gar nicht wie LKW. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch ein USB- und ein AUX-Anschluss. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Sportlich hübsch anzusehen, sparsam im Verbrauch und riesig im Ladevolumen. Diese Fiesta-Van bringt Ihr Unternehmen voran. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Wagenprobe. Das Team von Wiesmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wiesmann